Da sind Sie, Kapitän! Du bist festgehalten, nicht rein! Niemand kommt raus! Ja, einfacher geht es ja nicht. Hier geht es nicht entlang. Sehr schön. Wofür leicht? Alles gut, danke für die Info. Das ist natürlich doof, dass Windows hier einfach über das Spiel ist. Ja, ich habe eine Nachrichtung gemacht. Ich habe keine Ahnung wo entlang. Wahrscheinlich nicht hier. Hier gibt es Munition. Ja, der hat es wohl nicht geschafft. Boah, ist das hell. Da liegt auch noch ein richtiger Zettel. Ich habe mich erwartet. Ich habe mich erwartet. Ich habe mich erwartet. Wenn ich das Mess mitgenommen hätte, werdet ihr sofort tot. Ah, ich habe mich erwartet. Das ist ein guter Job. Don't judge, Messler. Alles gut, ich schatsche ja nicht. Könntest du ein bisschen Gitarre spielen für mich? Oh, die Arme. Hier wollen wohl echt die untersten von der Gesellschaft. Stay out. Schlicht muss ich da raus? Oder hier entlang? Ich öffne einfach mal alles. Sachen, die mir das bringt? Ja, manchmal. Manchmal bin ich etwas blind, doch. Also, wir haben jetzt hier drei Wege. Immer hier durch. Ich glaube, hier müssen wir hier durch. Hier irgendwo ging es nach draussen. Da komme ich aber glaube ich nur zurück. Da saß der andere Typ. Und hier oben? Was gibt es hier? Tja. Das habt ihr davon. Wer nicht hören will, muss halt fühlen. Weiter nach oben geht's nicht. Kann ich auch nichts öffnen. Doch, hier kann ich was öffnen. Hier geht es aber auch noch entlang. Warum sollte ich hier in die Zellen hinein wollen? I don't know. Was? Oh ne, das erinnert mich ein bisschen hier an Outlast, irgendwie. An das Horrorspiel. Jetzt könnte jederzeit hier Billy vorbeikommen. Okay, wait. Er hat ja gesagt, im obersten Stockwerk. Deshalb würde ich sagen, ich gehe doch erstmal noch kurz unten schauen, was es da gibt. Vielleicht gibt es ja da irgendwie wie, was ein Secret oder was, was ich sonst verpassen würde. Runterspringen kann ich gar nicht, schade. Erstmal kurz da entlang gehen. Woher? So, was, wenn ich die? Oh, was? Well, du denkst, kannst du einfach durchführen? Das ist ein Ort. Oh, was, was habe ich? Founder! Gonna hurt ya! Hey, pretty boy! tja das war's mit euch kennen wir auch schon den Räumungsbefehl sonst gibt's hier echt nix nee war bloß eine Abkürzung mit Umwegen wie es mir scheint Watchtower ich dachte, es wäre mehr von euch, die uns evidieren ich glaube, er hätte uns eigentlich was sagen wollen, aber ich habe schon die Fresse poliert die Wand kann ich ja schlicht erfüllen achso, hier bin ich jetzt, okay hier gibt's ein Comic ist ein bisschen Labyrinth hier aber ne ne da waren wir schon okay gut dann ab zum Watchtower ähm hier da gibt's ein Fuchs den nehm ich natürlich mit, wenn ich jetzt schon weiss, dass diese Graffitis hier für den Fuchs sind das war so weird einfach nur diese Füchse wie soll dieses Geräusch wenn ich das halt früher gewusst hätte, hätte ich natürlich dann auch Ausschau gehabt in den Missionen, aber ja da da wären wir ein drittes Auge hier sieht alles sehr sicher hier aus da drüben ist die Island und hier ist das Gewicht und ich glaube hank ich schätze mal das wird nicht so einfach laufen wie auf dem Schiff Er muss stehen bleiben. Das war's. Schön, dass Gewehr in Zoll. Ich hab's ja gesagt, alles sehr sicher hier. Jetzt. Jetzt los mit der Funksjagd. Okay. Ich muss irgendwo runter. Eine Puppe. Da liegt auch ein Comic. Das muss durch. Was ist das? Coolbrook Mord. Ach du Scheiße, ist das etwa der elektrische Stuhl? Sieht mir fast so aus. Ich wechseln dann mal auf die Waffe. Nur mal so kurz. Okay. 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 Wenn ich hier ohne Schiesserie rauskommen würde. Shit. Muss ich da schleifen? Kann ich durchrennen? Ich kann durchrennen wahrscheinlich nicht. Ich hätte mir jetzt irgendwie merken sollen, wo man durchlaufen kann. Ich bin halt auch einfach mit einem Schuss tot. Den Comic habe ich jetzt. Ich habe einen Weg in Mordes. Ich bin halt... Oh, komik. Steht jemand um die Ecke? Shit. Genau jetzt muss der andere kommen. Ein Schuss und wir sind weg. Ich glaube, es ist schlauer zu schleichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So hard to find, they seem impossible to score. So I dreamt, just only find that vintage love.